Aaralur Leute, was soll ich in diesem Video? Redet etwas ganz interessantes Reden, okay, so sehr sehr, sehr geschätzt, richtig reden. Also, im, die, also die Freilich, was macht der jetzt hier, der Platz ist, so ist es, und es kommt auch morgen, ja, mit, also, kommen eigentlich, heute zwei Videos, mit, okay, so, 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 so. Auf jeden Fall, äh, also dass wir also der montag jetzt also morgen beteiligt hat es so ist projekt projekt genau plätze somit wieder rauskommen da will ich über ein thema reden und deswegen habe ich mir überlegt das jetzt immer jetzt in den mieten plätze zombies wie heute über irgendein thema wird drehen ihr könnt mir auch einfach in die kommentare schreiben über was für ein thema schreien kann soll einfach und die arbeit heißt es von ließ nämlich strecken sich extrem die lange und ich kann eigentlich während ich spiele eigentlich die ganze zeit reden ich wusste ich nicht so groß konzentrieren wie zum beispiel manchmal bei wie bei westfiend oder oder hat sogar da kann ich manchmal so oft heute reden war du musst mich schon manchmal konzentrieren aber ja und die jünger überlegt kommen auch so ein separates video und das extra erklärt wenn ich glaube würde ich jetzt einfach kein separat ist die hier machen wenn die mal wie sony würde keiner wissen acht erredet in den plätze somit über etwas interessantes ich denke ich überlegt auch kommentare separat das video so du dein zuschauer der nachher ist einfach also ja also ja ich denke ich wollte immer wenn ihr mal für der rio seriösen content von mir sehen wo er sehen wollte nicht einfach guck der Fall das ist so bis ab jetzt einfach dann wird schon lieber sehr ab interessante thema als er Prozent heute Prozent der wichtige thema als sag ich mal einfach heute reden also wer daran interessiert ist einfach immer montags einschalten da werde ich immer um 18.30 Uhr schalt an den plätze somit hochladen und da wird schon scheitert von jetzt an halt immer über ein seriöses thema halt reden und halt im video was morgen kommt und es ist so wie sie du was morgen kommt weil ich schon über ein seriöses thema reden also so ungefähr fast die erste hälfte der welt schon etwas unser sein und der ganz normale ich seien also weil komplett verrückt und alles so aber dann ungefähr wo ich auf das thema komme noch ein thema wo ich anspreche wollte nämlich doch wieder in die schule gehe kommt ein anderes thema in meinen kopf über das ich halt rede und ja und das hat mir auch zu dem gedanken dach auch kommen wieso machst du nicht platz ist so mit so einem format wo du heute nebenbei noch über also würden wir doch nebenbei heute jetzt über thema tritt redet sehr ja als wichtig sind und damit doch wie sich wie meine meinung zu denen ist halt also ja ich hoffe euch gefallen ich hoffe ihr werdet einschalten um heute zu schauen was ich halt rede und ja ob ich vielleicht damit eure meinung zu diesem thema noch vielleicht eventuell ändern kann und ja wir sehen uns dann im nächsten video tschüss